Hallo Film-Fraggots und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Bevor solche Science-Fiction- bzw. Science-Fantasy-Abenteuer wie Star Wars das Licht der Welt erblickt haben, war Planet der Affen das ganz große Ding in dieser Sparte. Vor knapp drei Jahren kam nun schon Revolution raus, nun gibt es den Nachfolger Planet der Affen Revolution. Das Filmradio mit Dante Die Affen rasen durch den Wald und treffen dann auf Menschen. Die Menschen leben nur noch in kleinen Kolonien zusammen, denn das sogenannte Affen-Virus ist ausgebrochen und das hat fast die gesamte Menschheit getötet. Da sind die Menschen aber auch selbst schuld dran, denn mit diesem Virus haben sie an Affen geforscht. Nun sind die Menschen auf der Suche nach Strom und landen an einem Staudamm, rund um den allerdings auch die Affen leben. Also wirklich ein höchst interessanter Film, wenn man mal drauf schaut, wie wird da regiert und wie sieht es in den Gesellschaften aus. Bei den Affen gibt es erstmal eine Autokratie und dabei sind Teile von ihnen primitiv intelligent, aber auch teilweise so ein bisschen, ja, Cyborg-mäßig. Im Grunde spielt sich in beiden Lagern bis zum Krieg, ich denke, das ist kein großer Spoiler, dass es einen Krieg geben wird, das gleiche ab. Der Streit bei den Affen resultiert daraus, dass sich diese tierisch benehmen und der Streit bei den Menschen resultiert daraus, dass sie sich menschlich benehmen und das bleibt auch den gesamten Film über so, um mal ein Zitat von Caesar zu verwenden. Du bist kein Affe mehr und das finde ich etwas schade, dass der Film da so strikt auf diese Linie setzt und nicht mal etwaige Kompromisse einstreut. Allerdings greift der Film dadurch, wenn auch etwas kitschig, das Thema Rassismus auf, was besonders klar wird durch die Affen, die in dem Wagen gefangen gehalten werden. Ansonsten ist das Setting wirklich gut, das gefällt mir, genau wie die Affen allgemein und das halte ich dem Film wirklich zugute. Ein Affe ist hier der Hauptdarsteller und das ist super. Also ein wirklich schöner Sommer-Blockbuster, der inhaltlich wirklich mutig ist, aber meiner Meinung nach ruhig noch etwas mutiger hätte sein können. Planet der Affen, Revolution, dauert 130 Minuten, ist auf IMDb mit 8,1 bewertet, ich gehe tiefer und vergebe 77 Punkte. Habt ihr den Film gesehen? Wie fandet ihr ihn denn? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Naja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder und bis dahin sage ich...